Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt von profisch.de, Ihrem Online-Adler für Markensofas und ich zeige Ihnen heute eine Koinor-Garnitur namens Famous als Eckgruppe in Leder B Schneeweiß. Es ist ein Leder, Semi-Anilin gedeckt, bei Weiß muss man stark decken, pflegeleicht. Jetzt ist es noch etwas kalt, in 30 Sekunden nimmt es die Hauttemperatur an. Sitz, mittelfest, nicht zu weich, nicht zu tief, ich sitze hier sehr gut unterstützt. Sie sehen, ich bin 1,83, also auch kleinere Personen haben hier eine gute Unterstützung. Ecke kann ich also auch so richtig sitzen, aber ich habe hier ein loses Kissen, das kann ich mir zum Beispiel hier auch für die Füße hinmachen und habe einen bequemen Fernsehabend. Dabei ist auch hier dieses Armteilkissen, der Armteil ist fest, sehr kratzig gearbeitet, alles sehr toll vernäht, alles in absolut seriöser Koinor-Qualität. Das Ganze macht einen soliden Eindruck, hier gibt es noch optional eine Kopfstütze mit Rasterverstellung dazu. Solider Eindruck, hohe Qualität, ist auch nicht zu fest, der Sitz ist modern, also ich würde es mittel sagen, aber gute ergonomische Qualität, kleine zierliche Garnatur. Mir gefällt das gut für Best-Ager, die es trotzdem pflegeleicht wollen und auf eine helle Farbe Wert legen. Die Dinge sehen natürlich immer nicht so wuchtig aus, eher grazil aus, in so einer hellen Farbe. Profishnapp.de, ihr Online-Outlet für Markensofas, hat hier eine Doppelproduktion bekommen. Also, das Stück wird zweimal produziert, aber nur einmal war sie verkauft. Die überzählige Gruppe kam zu uns und wird verkauft für 2.490 Euro, inklusive Armteilkissen, inklusive Rückenkissen, ohne Kopfstütze plus Versand. Profishnapp.de, sagt Danke, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, bleiben Sie mir gewogen, schauen Sie rein unter profishnapp.de slash Neuheiten, was es an Neuheiten gibt, täglich gibt es Neuheiten. Dankeschön und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt von profishnapp.de.